Ich habe in der Früh Fenster aufgemacht, ein bisschen Frischluft rausgelassen, plötzlich höre ich auf der anderen Seite, geht auch das Fenster auf, Harald streckt seinen Kopf raus. Sollen wir jetzt im Verlauf Bild, Text, eine Kombination? Also du kannst kein Magazin als E-Book verwischen, das brauchst du einfach. E-Book ist eine Ansammlung von Texten, das geht, die einfach mit Kapitelansprung sind, es geht auch, es hat die Schwarz-Eist-Druck, ich stelle es dir so. Aber wie kennt ihr das am iPad? Also ich konnte nicht lesen, ich habe mir zwei Bücher mal runtergeladen. Ich habe mir den Kindle geholt, den Kleinen für nur 90 und habe viel gelesen seitdem. Aber es ist wirklich das Leseverdienste, das Buchverdienste, es hat nichts mit dem Medial zu tun. Das ist bei mir tatsächlich zweitrangig. Und ich habe mich auch gefragt, wie gehe ich eigentlich mit dieser Situation um, nicht wieder in eine Situation des Druckes zu geraten, wenn wir da in die karnischen Alpen fahren. Ich habe mir überlegt, was machst du da im Vorhinein? Und eigentlich fand ich dieses heuerige Jahr ganz gut. Da war auch immer der Gedanke, du hast eben eine Doppelseite, vielleicht kannst du ausklappen. Dann war immer der Gedanke, was macht man denn auf der Rückseite? Weil wenn ich es ausschneide, ist ja... Ah!